hallo und herzlich willkommen zu minecraft ich glaube ich hatte das jetzt müssen wir kurz warten ich kann ja warte, das ist falsch ähm, das warte, so yes ok, tschuldigung kurz für die Störung, es gab da ein Problem ähm, ja wir bauen jetzt mal weiter an unserem Bauernhof und dafür brauchen wir Holz ja, ich glaube das reicht dann auch erstmal die Tür ok dann gehen wir mal gucken wie wir das ganze bauen wollen oder nee, warte mal, wir haben ja jetzt endlich ein Bett jetzt können wir das auch gleich mal austesten so ok ja, das war eine ganz gemütliche Nacht also das ist ein Ender moin hm hm ich will eigentlich ja Und hier geht's einfach ganz gerade bis hier. Ja, das ist so der Grundriss, denn so verdeutlichen wir das Ganze mal. Ja, ich finde das nämlich ganz wichtig, dass wir hier so ein Bauenhaus haben. Wegen den Tieren und so. Eigentlich ist es komplett unnötig, aber es sieht dann noch besser aus. Das ist so ein bisschen, warum ich das mache. So. Und so. Jetzt nochmal. Ähm. Ach so. Gut, dann hätten wir das geschafft und haben uns erfolgreich ausgespürt. So. Ach, die sind ja erwachsen geworden. Wenn man euch hier rein sieht. Ähm. Ich könnte kurz hier noch die Türe, ähm, inbauen. So. Ich denke, sie müssen hier vier hoch. So. Oh. So. Genau. Und jetzt können wir das zu Holz machen. Weil wir gehen. Oh, das war dumm. Oh, ich wusste, es war so klar. Aber es hat noch so ein Ei hier gelassen. Oh mein, wo ist es? Es ist einfach weg. Tja, was hast du davon? Wenn du hier einfach abbauchst. Jetzt haben wir wieder vier. Okay, da können wir hier mal auf den unten raus ausschlagen, ausgraben. Oh, das war's. So, der Boden ist fertig. So, dann gehen wir jetzt mal, ich glaube ich Zaun mitgenommen. Oh, wir bräuchten sowieso noch Cobblestone und noch ein bisschen mehr Gravel. Und hier weiter, ach, genau. Wie hier oben. Tja, tja, tja. Ja. So, dann gehen wir noch mal runter. So, was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich nichts von hier. Och. Dann gehen wir mal wieder. Ach stimmt, was wir fehlen. Okay, ne. Wir gehen erstmal, erstmal wieder Holz hacken. Ich geh jetzt mal da drüben. Und dann werden wir den Mineneingang bauen oder das Minenhaus oder sowas. Dass wir auch schön in die Mine können. Das ist natürlich auch wichtig. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir in der nächsten Folge wirklich mal auf Entdeckungstouren. Also so richtig. Aber wir werden nur ein bisschen Essen mitnehmen. Das, falls wir sterben. Dass wir nicht zu viel verlieren. Ist das ein Gravel? Ich weiß auch gar nicht, was da hinten ist. Ist das hier da noch irgendwas? Irgendwas cooles? Uff. Nein. Oh. Ist einfach. Entschuldigung. Keine. Och man. Ey. So. Hier ist auch mehr. Oder zum Fluss. Heißt, die sind ja hier quasi auf einer kleinen Insel. Also auf einer kleinen Insel. Ist jetzt relativ aber. Boah. Alter. Darum sind Schweine. Okay. Spannend. Da vorne ist halt auch überall mehr. Okay, aber uff. Nice to know. Alter. Ich will jetzt mal noch gucken. Vielleicht geht's hier noch weiter. Ist noch so ein Tümpel. Hier sind noch Schafe. Mäh. Wir haben ein Bett. Das haben wir. Momentan. Wow. Nicht nötig. Schade. Dann müssen wir halt wirklich mal auf Boots touren. Oder so. Aber vorher werde ich mir dann die Koordinaten aufschreiben. Mal. Genau. Das ist los. Schnell. Was würde ich mir so ein Sinn machen? Oh. 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 Oh nein. Ah nein. Ich habe ihn einfach bezüglich hier mein. komm her das passiert wenn man nicht jetzt resistent ist alter scheiße das war wieder knapp aber wieso ich finde dass du es nicht verbrannt und wo kam denn die Pfeile ok egal wir gehen mal zurück wir haben jetzt so ein bisschen holz geholt aber jetzt gehen wir erstmal pennen so ein Schweinchen wir müssen halt auch mal hier unser Garten ein bisschen gestalten sieht scheiße aus und wenn schon dann so so ok dann gehen wir oder bauen wir am nächsten Tag jetzt dann den Minieneingang hier hinten so so dann ja das sollte reichen machen wir die Hälfte zu Holzbrettern ok ok hier habe ich aber eine Idee was wir machen könnten und auch hier haben wir ja ja geil ja wir graben erstmal noch nach unten zum Glück kommt hier auch schon wieder normaler Stein also Coppestop gut noch ist es ja noch nicht Coppestop sonst wenn wir es abgegraben haben so ich glaube das sollte erstmal reichen hier werden wir auf jeden Fall auch eine Treppe reinziehen das geht sonst ewig ok hier habe ich gedacht dass wir jetzt so das aus Stein machen und den Boden auch das ist umgelaufen so dann können wir die Hälfte nicht so lassen ähm so jetzt jetzt hier so die Decke genau ähm ja sieht jetzt nicht so krass aus sieht jetzt nicht so krass aus naja besser als nix und dann werden und dann werden wir hier auch noch Treppen kommen ich weiß jetzt aber noch nicht ob wir die aus Stein oder aus Holz machen das werden wir dann noch sehen ähm so so dann graben wir jetzt erstmal ein bisschen weiter dann graben wir jetzt erstmal ein bisschen weiter ich will hier so auf Ebene ähm keine Ahnung 10 11 so irgendwas ich glaube auf Ebene 11 auf ab 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 Bauernhaus. Egal, was wollte ich machen? Spitzhack. Ach, wir haben noch eine, wir haben genug Strom. Hey, habe ich nicht gerade Holz genommen? Ach, Britta, ist es noch von der K-Prime. Ach man. Eigentlich können wir gerade zwei machen. So, dann hätte ich gesagt, wäre es das dann auch gewesen mit dieser Folge Minecraft. Ja, lasst ein Like da, ein Abo und so weiter. Ihr wisst, was zu tun ist. Aktiviert die Glocke, nicht abonniert. Jetzt habe ich es geschafft. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.